Wenn man mir vor ungefähr 15 oder 18 Jahren, da Lampognani in England und Make Your Chiesa in Italien, so vieles geschrieben und ich ihre Opern-Arien und Sinfonien gesehen, damals gesagt hätte, diese Männer werden der Musik deines Sohnes dienen und wenn er vom Klavier weggeht, hinsitzen und seine Musik akkompanieren müssen, so würde ich einen solchen als einen Narren ins Narrenspital verwiesen haben. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik 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 Musik